ich muss sich nicht extra stellen und der geschätzte kollege von buschmann begleiten sie durch dieses spiel da sind die drei extrem auf dieses spiel und ich glaube dass es sehr sehr unterhaltsam und interessant wird also von mir aus es kann losgehen da fangen sie den pass ab ich weiß nicht im offscreen machen wird schwierig die ganze spiele und man schon ein paar unbedienn da verlieren sie den ball ich habe ganz leicht zu dir da ärgern sie sich ballverlust guter pass jetzt gute aktion ball ist raus fuchs ach mist und damit sind sie aber ich komme durch gut verteidigt sie gehen dazwischen fuchs gut gemacht gut ist ich kann dir vorspielen weil du warst lange nicht mehr am ball gewesen das ist korrekt ich würde mir gerade vorgehen weil du kratz günstig das in dem umglück macht das unheimlich sicher war nicht ungefährlich aber das war eine tolle aktion situation geht weiter immer noch gefährlich unglaubliche parade die ecke kommt rein keine schlechte chance hierbei die abwehr ist natürlich da da wird es eng sie sind da und dann kannst du den kaum besser machen schön diesen pass abgefangen sehr guter einsatz schönes anspiel die rebels im angriff ach mensch schulder zwischendurch gut verteidigt und die chancen ist vorbei die snakes hätten platz auf außen sie verlieren hier den ball die ball besitzt zahlen sprechen in den letzten 15 minuten für die snakes und chancen haben sie auch aus meiner sicht dauert sich mehr lange mit der führung naja erzähle ich so ein quatsch ach uber so ein moderator wir haben so viele chancen dauert lange nicht mehr lange bis zum tor ist natürlich eine knallharte entscheidung aber die unparteischen sind sich ihrer sache sicher da entscheidet er auf vorteil sehr gut gemacht vom schiedsrichter ja der schuss jetzt schade diese gute chance klasse ich hätte mich nicht mehr weitergeben müssen geht da voll in diesen zweikampf und jetzt wird es einwurf geben schön dazwischen gegangen ballverlust denn ist der spiel nicht in unserem sieben doch hat er mir aber gesagt vielleicht hat er geschwindelt nee ist nicht bei einem umgleichen liegt keiner der ball ist weg der pass war ein bisschen und da kommen wir auch noch von der seite weg einen habe ich mich gerufen okay jetzt könnte die flanke kommen sie leisten sich den nächsten ballverlust der angriff ist erstmal vorbei sie verlieren den ball lässt sich dabei zurückfallen ganz energisch jetzt könnte die führung werden der ballverlust war wirklich unnötig da wird einwurf geben kommt dann nicht mehr ran an diesem pass ball gewinnen gefährliche position ich spreche demotivieren die ich warum den kohlen wir sind nicht mehr partei für die gegner ja sie bringen den ball in den strafraum oh schön sie verlieren den ball diesnächst mit einem angriff er steht richtig und stellt so den passweg zu gut gemacht waschikowski auf dem flügel wäre platz für die rebels das war eine richtig gute möglichkeit aber jetzt der ballverlust wir dran jungs kann nicht schon wieder 0 zu 0 werden könnte jetzt was werden ball kommt also da hat wirklich nicht viel gefehlt waschikowski so halbzeit 0 0 steht hier noch 0 zu 0 ich bin gespannt ok das war uns immer eine einstellung also korona warum demotivieren die sich weil die mehr die gegner anfeuern oder die statistik für die gegner spricht nicht für uns jetzt geht's weiter der ball rollt in dieser zweiten hälfte schade hätte er was glauben können sie kommen sie machen das sehr clever hier liegt die führung so langsam in der luft und da ist der ball wieder weg der pass in den freien raum gut gemacht chance vielleicht aber er ist da schon gelockt bei dieser ecke hoffen die fans jetzt auf die führung können sie lange hoffen diese herrliche parade jetzt noch diese sichere aktion hinterher gute szene da wissen sie natürlich bei wem sie sich bedanken wenn es nicht vorbei rennen dann ich renne ja nach vorne weil wir müssen ja nach vorne spielen das sieht vielversprechend aus ach da hängt er seinen rücken im weg chance zur führung jetzt bei diesem eckball wie ich ihn weise da konnten sie nichts nur leicht nur etwas zu weit der schuss ja sehr schön ach ich hätte jetzt nicht erwartet dass ich ein tor schieße wenn die beiden spieler neben mir stehen ich weiß nicht wie die wahl ich finde die wahl der setze doof fast verletzt man das würde man das nicht sehen schön man nochmal rein ok sehe ich jetzt nicht so sie kommen in der tor ja doch das ist ja das ist wirklich so dann ist wir führen zum ersten mal nein aber ich meine wir führen das erste mal führung 1 0 sie gehen dazwischen die rebels mit den schwächeren werten beim ballbesitz aber wir sehen es ja der ballbesitz ist nicht alles sie liegen trotzdem vorn haben ihre szenen bis zum ballbesitz nicht alles lassen den ball laufen aber jetzt bräuchten sie auch mal den zug zum tor da wäre der platz um zu flanken son ja das sieht gut aus naja jetzt müssen sie aufpassen Mensch kommt doch mal die probieren eine lücke zu finden aber die finden zum glück keine bis jetzt ok situation geht weiter immer noch gefährlich starker zweigang fuchs jetzt geht es mit einem einwurf weiter sie können jetzt flanken flanke kommt an den kurzen die flanke fängt er ab sehr gut gemacht da wäre platz für einen kotter sieht gefährlich aus ja wer lässt sich dahin was für ihr seid klasse gemacht richtig starke macht verhindert hier Gott sei dank die fans hoffen bei der ecke jetzt auf den ausgleich erstmal geklärt ich kann mit vorbrauchen noch ein bisschen naja das könnte was werden jetzt kommt jetzt die flanke rein da trennt er ihn vom ball vorne jetzt die ball eroberungen ja der schuss jetzt hätte vielleicht drüber legen können das ist ja vielleicht so gewesen die ecke kommt rein ja ganz energie ich habe zu spät gesehen fuchs ach ist da holen sie sich den ball zurück kurzer blick zur uhr viertelstündchen haben wir noch chance vertan die kugel ist weg zimmermann wäre gefährlich geworden aber gut aufgepasst jetzt haben sie den ball können sie jetzt einen angriff einleiten die rebels mit einem angriff gute chance für eine flanke komm schon da können sie erstmal klären gute aktion ganz konsequent ball ist weg müssen wir acht minuten immer die runde ziehen jetzt noch beide sitzt es weg fuchs und das ding wäre gefährlich worden aber sie passt auf wir haben jetzt noch regulär fünf minuten vor uns und die beiden trennt ja nur ein tor geht da noch was könnte geben die abwehr sucht doch nach ihrer formation jetzt bringen sie die flanke rein da kann sie klären waschikowski jetzt wäre zeit für eine flanke wenn sie nach dieser ecke treffen haben sie den sieg ganz sicher in der tasche ecke kommt ins zentrum ach schade der kam gut eine starke aktion von beiden da ist doch und jetzt ist der ball erstmal raus der erste sieg ist fast zu greifen nah sie holen sich hier den ball warum dahinter stehe ich doch eigentlich habe ich schon da hingedrückt wenn ich schon soll ich da hindrücken ich meine doch nicht die ich meine npcs 1 zu 0 unser erster lesig gemeinsam denn es ich bin stolz auf uns kaum debüt nach vier spielen ja auch wenn es die erungenschaftsraum überreicht liebe fußballfreunde herzlichen willkommen zu diesem spiel schön dass sie heute mit dabei sind ich bin wolf fuß ich darf diese partie mit dem kollegen franz buchmann kommentieren wir zeigen euch alle mit irgendwelchen grünen köppen vier fünf die football friends gegen die rebels spannende geschichte heute es geht um den aufstieg den vorzeitigen aufstieg das ist realistisch ne einer hat zwei haben nicht so ne Frisur aber zuletzt immer wieder ja wieviel spieler haben die denn 5er 4er sehe ich auch frohner eine war noch hinzu dass wir hier am ende dieser partie die aufstiegsfeier erleben ich glaube es können die schiffe super dieses zuspiel ah ne 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 aber die wechseln er hat mit wechseln drin dass die alle spielen ah das müssen wir ausschalten beim nächsten mal dass die nicht wechseln können dann sind es natürlich deutlich weniger dadurch ist es natürlich schwieriger ach die haben so nen Haarsack hier so viel Dreadlocks oder so ne mhm gibt ecke ecke kommt der 16er vier spieler und die wechseln immer nicht mehr aber einer kann wechseln von denen mhm 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 ab die das sena sehr gutes technik das war wichtig da wer platz auf außen jetzt für die rebels jetzt ist er bald auch gut aufgepasst und verteidigt der ball ist weg und jetzt könnte der gegner angreifen da lässt er sich weit zurückfallen will den ball fuchs gefährlich da hat er nur noch den tor hinter vor sich spielte ja einfach gerade auslaufen und schießen ja und es hat mir in spiel gespielt schön dazwischen gegangen fuchs das gibt einen einwurf herzen wachsikowski noch steht sie unentschieden aber sie waren viel druck er zieht ab der abschließt platziert genug das ist da kein problem wir haben bis jetzt mehr chancen ist hier irgendwie habe ich das gefühl ich hätte nichts an das kann aber so was machen stark verteidigt die rebels haben platz auf außen weite flanke die ungefährlich der ball ist weg ja ja der mpc schießt damit verbessern sie ihre aufstieg die wollen keinen zweifel mehr aufkommen lassen das sieht gut aus und damit haben wir den ersten treffer jetzt könnte das spiel richtig fahrt aufnehmen viel versprechender angriff aber das ist auch ein bisschen gutes drehbling jetzt ab wer muss aufpassen ich bin nach hinten guter körpereinsatz hier gut dazwischengegangen vielleicht dann wenn du platz hast da verliert er den ball jetzt müssen sie aufpassen guter zweikampf das zähne die football friends in der offensive die football friends ach man dann von so weit hinten das bleibt immerhin hätten sie auch bei diesem ergebnis noch den aufstieg geschafft aber wir sehen sie dürfen sich ausruhen dürfen sich nicht hinten rein drängen lassen sonst kassieren sie solche dinge und damit alles auf anfang es steht eins zu eins kommt jetzt die flanke rein abwehrversuch scheitert zähne geht weiter ein fehler hat angefordert ist das abseits dann sortieren sie sich neu und dann kommt doch dieser schwarze sagen bitte nehmen die mitte hinten an zu wenig beide teams waren in der ersten hefte erfolge das haben wir ja mal ein spiel der bg spiel gegen gegner und er hat geschossen und er kam raus und wusste wir hatten von vom strafreund angenommen wo du sagst du das nicht gemacht wäre da reingegangen oder so vom platz geflogen super hätte ich noch lieber rein von gehen sehen oder ja eigentliche es gibt momente wo du dann mit der hand zu nehmen dafür danach mit nur einem mit einem spiel werden wir auf dem platz das war glaube ich noch erste hälfte oder sowas und da dachte ich mir so da schon mit unterteilspielen das hätte eine gute gelegenheit geben können aber jetzt ist der ball weg kippa muss gar nicht halte bitte keine echte gefahr bleibt hier ihn voll drauf hier war schickowski fuchs angriff der rebels überaus mein platz der ball ist weg und jetzt könnte der gegner angreifen falscher man das ist vollkommen korrekt das sieht durchaus vielversprechend aus er schießt da können sie sich bei ihm bedanken was für ein hechtsprung da zeigt er sein ganzes können aber das war gefährlich keine frage vielleicht die führung was für eine aktion so gerade eben noch verhindern sie das tor was für eine rettung start und damit ist der ball weg ganz stark geblockt wieder einmal sie ist voll konzentriert was sie kowski zimmermann die versuchen schön abgeblockt sie holen sich hier den ball die football friends der letzten viertelstunde dominiert und wenn sie ihre chancen jetzt noch besser nutzen können dann gibt es auch die führung sauber vom ball getrennt hier so und jetzt sind hier noch 30 minuten zur absoluten ich hätte gedacht da kommst du ran die rebels mit einem angriff aber dann verlieren sie den ball damit ist die gefahr erst mal bereinigt ich habe erstmal den angriffsschrung weggenommen das sehen sieht gefährlich aus gut und fair das täglich fuchs jetzt können sie vielleicht kontern fast schon leichtfertig vergeben diese ich dachte ich komme durch aber ich hätte wieder drüber heben sollen schön dazwischen gegangen ballverlust nach dir jetzt könnte die flanke kommen schön das passt zu dir schöner angriff von den rebels vorne der ballgewinn unaufhaltsam aber ballgewinn hätte gefährlich werden können und der ball ist draußen es gibt einwurf war schikowski er hat platz zum flanken sie können nicht klären ich dachte ich bin aus der flanke regulär ist noch eine viertelstunde zu spielen und klasse durchgesetzt schön dazwischen gegangen genau in dem umblick kommt er vorbei ab die mit viel auge holen sie sich da den ball klasse angriff der rebels über außen da ist platz ganz viel hinten ah wichtig schade ja das ist schade wenn sie dieses ergebnis über die ziellinie bringen dann ist das der aufstieg man merkt wie hier alle mitzittern es wäre so wichtig für diese mannschaft es wäre ihr zu gönnen mit reißender fußball große die ist so lange eine sympathische truppe bin gespannt ob sie es packt sie können den pass unterbinden den zweikampf führt er sehr gut da ärgern sie sich ballverlust ob sie hier noch auf den letzten drücker den siegtreffer erzielt schade sich auch so wenn der platzierter kommt dann wird es gefährlich und ich gute möglichkeit schuss kommt nicht durch klasse wie er dahin geht sie verlieren den ball ich wollte den anderen haben vorteil ist angezeigt pass wird abgefangen aber das war auch wirklich und er ist vor ok und das war es hier wir sind aufgestiegen denn es aber der aufstieg der steht jetzt bereits fest den kann ihnen wir sind auf was ich bin sprachlos ich auch jetzt können wir noch einen titel holen mit drei spielen wir brauchen nur einen sieg oder drei monatschieben